Du hast mir schöne Augen gewahrt und machtest, dass sie leicht in der Nacht. Jetzt hab ich schöne Augen, doch ich frag mich, ob sie trauen. Und sie sehen, nichts außer den Augen ist jetzt schön. Du hast mir schöne Augen gewahrt und mich dabei um den Verstand gebrannt. Jetzt könnte ich mir die Augen aus dem Kopf holen, kannst mir glauben. Ich hab' das Problem, voll Tränen sind die Augen nicht mehr schön. Lieber Aches, es ist jetzt drei Wochen her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Seitdem hab ich verliebt, ich versuch dich zu erreichen. Und mein letzter Versuch ist dieser Brief, bitte melde dich mit dir. Du hast mir schöne Augen gewahrt, was sie wieder hässlich heute Nacht. Du kannst mir von den Augen die Schönheit untersaugen und wieder hin. Die Augen und die Zeit mit dir war schön. Was musst du ihm denn mitteilen? Ich hab' so zufällig gesehen. Ja, ja, alles hast du irgendwie zufällig gesehen, ne? Auch wie wir miteinander geschlafen haben. In meinem Bett wohl gemerkt. Das wird man wohl mal sehen dürfen. Also, das ist ein witziger Metall. Etwas, was dich nichts angeht. Schließlich gibt's noch Bereiche in meinem Leben, in denen du deine Nase nicht reinstellen kannst. So, jetzt lass uns mal weiter probieren. Wir haben morgen jetzt gravierend. Auftritt Orpholz. Tief. Ich baue dir einen Schlaß, Auswertung, ein Palanz aus Musik, und so weiter aus. Jetzt kommt der Kuss. Ja, dann fiss mich. So ein Kack, das ist völlig unmotiviert. Du bist nicht motiviert. Du motivierst mich halt nicht. Ich muss dich auch nicht motivieren, aber Ulrike liebt auch vor uns. Tim, diese Ulrike-Klick ist völlig konturlos. Die reaktiert gern nur.